Hallo Leute, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Sneak Preview Review. Erst einmal danke für 500 Aufrufe der Videos bisher. Dann noch ein wichtiger Hinweis, letzte Woche gab es den Film The Guard. Der Film ist durchaus bemerkenswert, ein wunderbarer irischer Film. Schaut euch auch dazu das Video an. Kommen wir zu dieser Woche. Diese Woche gab es Sommer in Orange, passend gekleidet. Sommer habe ich leider nicht mitbringen können. Machen wir uns auf die Zeitreise ins Jahr 1981. Anhänger der Backwaren-Sekte aus Berlin-Kreuzberg beschließen in Bayern, in Teil Pichel, ein Therapiezentrum aufzumachen und mit ihren Kindern dorthin umzuziehen. Und dann kommt es natürlich zu dem, dass die Kinder dort zur Schule gehen müssen. Berliner Kinder aus der Backwaren-Sekte in einer bayerischen Dorfschule. Das führt zu gewissen Konflikten. Und ja, die Erwachsenen der Backwaren-Sekte sind alle sehr interessiert an verschiedenen Dingen, nur eigentlich nicht am Familienleben. Sex ist wichtig, Nacktsein ist wichtig, Selbstfindung ist wichtig. Deswegen geht man auch ohne seine Kinder auf irgendwelche Seminare. Kommt wieder. Die Kinder kommen dann auf die Idee, wir wollen so ein bisschen an dem Leben hier im Dorf teilnehmen. Deswegen versuchen sie in verschiedenen Vereinen Mitglied zu werden. Sie haben natürlich auch ein bisschen was mit Fremdsprachenproblemen zu tun. Denn ja, natürlich, die Menschen im bayerischen Dorf sprechen alle bayerisch. Und dieser Kultur-Clash ist halt wahnsinnig witzig in vielen Stellen. Und ja, der Film ist nicht für jeden zu empfehlen. Wer Hippie sein hundertprozentig total ablehnt, der wird sich auch bei diesem Film nicht amüsieren können. Wer ein bisschen offen ist dafür, der kann sich daran durchaus sehr erfreuen. Einer der Schauspieler, der die Rolle des Zidate spielt, war mir dann schon aus dem Film Mein bester Feind bekannt. Der läuft übrigens auch Anfang September an. Jetzt habe ich mal ein Video gemacht, das war schon im Mai, könnt ihr euch auch angucken. Dieser Film jetzt läuft am 18. August an, also auch bald. Und ja, bis demnächst. Und ja, bis demnächst. Vielen Dank.